ich hab's verpasst scheiße wir haben's doch eingeübt mann totem totem ich glaube es ist an gerade lass mich kurz gucken hab grad eins gefunden hab'n schlüssel der ist lila ah ne ist nicht an scheiße hätte sein können es ist michael ich sehe ihn von hier er ist bei kleine hütte kleine hütte weiß ich nicht ich glaub auch nicht kleine hütte kleine hütte der ist der ähm denn ist er noch weit weg der ist grad bei der ähm beim kleinen haus an der seite rand welche hütte oder kleines haus mit ner garage das spiel nennt man heutzutage auch dead by loading screen ja dead by loading screen der todesstatus ist ein neuer loading screen wenn man gestorben ist wenn man gestorben ist aber gut dass ihr sagt dass michael ist halt damit sich die ja ja bitte das ist nicht bei daylight alter es schreckt bei daylight ich hab schon lange nicht auf dem pc gespielt alter ich bin im check ne ich weiß nicht wovon er kommen könnte der ist bei mir der hab ich nicht gesehen aber wenn es habe ich in lilan schlüssel erhalten oh hallo da warum bin ich wieder besossen hm interessant warum hab ich gesagt hallo da wo ich ihn gar nicht gesehen hab Junge das ist das ist dark sun schon mit dark souls und dark blocks zusammen ist so wahr der killer ist total broke da hab ich nicht gesehen ich stand genau im generatum der generator ist fast fertig oh ja meiner 1 und der könnte 2 da warte ich geh im haus rein da ist auch noch ein generatum warte 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 und zwar genau jetzt ich hab ein ich hab ein seit wann machen die so welche fall geräusche wir sind beim krankenwagen warte mal komm mal mit komm mal mit ich will ihm mal was zeigen bleib mal hier stehen vor der tür ähm guck aufs fenster oben seit wann machen die so welche fall geräusche das hab ich noch niemals das hab ich noch ah scheiße links von dir ja hab's gesehen der kommt der soll mich holen komm 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 ich hab jetzt ein tot am der kommt weil ich ein schlingel bin ich sehe ich sehe ich sehe ich bin ich manchmal doch das und wenn dann ich wollte die Kölner wo da das Das sieht man nicht so. Ah! Du packst die Schwestern weg zum Kasten. Hilfe! Ja, während der hier da was macht, sabotiere ich mal den Haken, jo. Ich hab genug Zeit. Was? Du bist entkommen? Ja, ich bin entkommen. LOL! Das haben wir vorbei gesneakt. Ey, Leute! Wollt ihr mal als Lustiges schauen? Fuck! Hi! Der sieht mich! Der sieht mich! Oh, ist leck. Der hat ja voll geleckt. Ja. Was? Junge, es ist wieder eine Michael. Es ist wieder eine Michael. Der schwingt auch so. Einst Michael... Es hat funktioniert! Ich hab mich... Ich hab ihn gebetet. Ich hab ihn gebetet. Weil... Weißt du, wo ich ihn hingebetet habe? Ja, ja. Ähm, soll ich sagen, wo ich ihn hingebaitet habe? Ich weiß nicht, wo die Schule ist. Andi, warte, hier in der Nähe. Hier ist noch einer. Wenn du aus dem Haus rausgehst, Bonny. Der ist schon dritt die Tür. Freddy, ich hab ihn gebaitet. Willst du wissen, wo? Du weißt ja, in der Schule ist ja ein Loch, ne? Wo man reinfallen kann. Ich hab mich da vorgestellt und der ist da reingefallen. Der ist am selben Generator noch, also. Der ist so dumm. Der ist wirklich so dumm. Habt ihr das nicht gesehen? Der hat mich nicht sogar mal gesehen. Wer kommt? Hä? Oh. Die Palette hab ich noch gerettet. Also währenddessen können wir... Locktet doch nicht zu mir! Ah! Alleeem! Die hat sich noch ein bisschen Zeit gelassen mitlaufen, dann hätte sie auch gebraucht. Komm zur Schule! Der ist im Haus, ihr könnt ihn retten. Nein, 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 ich schlubber ihn hier. Junge, das ist wie der eine Typ, der schwingt auch so. Hey, der guckt jetzt im Schrank durch, ihr könnt ihn heilen. Wir sind gerade noch am Generator. Wir sind fast fertig. Bei mir hat gerade die Anzeige ein bisschen geleckt. Wer ist bei mir ausgemacht? Der Generator ist was wertig. Ich mach nen Totem im Haus. Wow. Werte Adrenalin! Nein! Oh nein! Nein! Ich will Aufgang machen! Aufgang? Aufgang? Ich hör ihn. Der bleibt da stehen. Die hat mich nicht angehittet! Lauf, Mann! Ich mach nen Ausgang! Renn, näher, renn! Die schafft das nicht! Warte, 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 warte! Der ist hinter mir her! Ah, zu spät. Das kommt zurück. Und die krabbelt ja auch nicht mal weg! Nö, die konntest du jetzt versuchen wegzukrabbeln, ne? Zu spät! Ähm, genau, auf der Straße. Die ist tot. Okay, let's go back here. Ich will mal dein Outfit angucken. Interessant. Laserbeers! Ja, beide gleichzeitig, ne? Lauf! Der kam zu nah! Pass auf, wer ist bei der Straße, ne? Also neben der Schuhle. Ich hab nur die Luke für das Blätter stehen. Ich geh dann raus. Nein, 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 nein. Der macht grad, ähm, Ausgang auf. Ja, der ist weit weg, also. Aber wir sind die Palette grad in die Presse auf. Geh dann raus. Geh dann raus. Einfach raus! Raus, Bonny, raus! Geh dann raus. Geh dann raus. Äh. Hilfsbereit! Keine! Hilfsbereit! Gib an, wie selbstlos du und dein Team während einer Runde warst. Oder wart. Wie es da steht. Minus! Minus 12% festgehakte Überlebende. Beziehungsweise Minus 37% unsichere Hakenrettungen. Ja, wenn die nix macht, alter! I suck and- 1 2 2 3 5 5 6 7 9 10 9 10 11 10